Alter, perfekt. Guck mal, wie Schaden wir machen. Die Sprinte sind die gleichzeitig, lol. Nein, 1%. Ich hab ihn. Was geht, Bros? Ich bin's wieder, euer BrolBro. Willkommen zu einem neuen Video von mir. Freut mich, dass du eingeschaltet hast. Heute werden wir zusammen mit Petrox und meinem Onkel den Bosskampf machen. Petrox ist hier auch im Discord drin. Was geht, Bro? Was geht ab, Bros and Sisters? Let's go, Bro. Digga. Let's go. Let's go, okay. Also, wir werden jetzt gleich erstmal den Boss auf Normal besiegen. Ich glaube, Petrox, du hast den noch gar nicht gemacht, oder? Wir starten jetzt in die Runde rein. Boss auf normaler Schwierigkeitsstufe. Hauen wir mal eben ganz schnell weg, würde ich sagen. So, okay. Ich spiele als Leon. Petrox spielt als Pam und mein Onkel als Colt. Ist eine sehr, sehr starke Kompi. Man kann auch mit einem Bull spielen. Ist auch mega nice. Okay. Der Boss wird immer schwieriger, Petrox. Du hast ihn aber noch nicht gegen ihn gekämpft. Also, je mehr Schaden den wir gegeben haben, desto crazier wird er irgendwann. Gib ihn jetzt. Zack, zack, zack. 70% hat er nur noch. Alter. Guck mal, wie leicht der Down geht. Was? Bist du draufgegangen? Süß, Digga. Oh, Mann. Er gibt mir dicke Hits. Was? Er trifft mich. Ich habe ihn. Alles cool. Luke Dennis ist hier am Start auf jeden Fall, würde ich mal sagen. So, komm. Immer ausweichen musst du, wenn die Schüsse kommen. Zack. Und er schießt immer von sich aus, von links nach rechts. Das musst du dir auch merken. Dann kannst du auch besser ausweichen. Komm. Er hat nur noch 38, 37%. Das geht so schnell hier. Oh, shit. Pass auf, mein Onkel ist tot. Oh, mein Gott. Boah, das war geil close. Jetzt gib ihn. So. Sehr gut. Nur noch 22%. Ich recuver mich mal kurz eben. Und dann gehe ich wieder rein. So. Jetzt aber. Boah, ich gebe ihm so dick Schaden. Pam ist auch wirklich sehr gut für den Modus. Wegen ihrem Heilkreis. Wirklich, Leute, ihr seht es hier. Funktioniert super. Sonst, Petrox, was geht bei dir so? Ich mach gleich einen Livestream. Du machst gleich einen Livestream? Jawohl. Gib ihm. Live Workout. Also wir machen so eine Tanzstunde. Ja? Nein. Nice, Mann. Okay, ich bin safe gleich mit am Start. Also wir haben jetzt auf normal besiegt. Und jetzt machen wir auf schwierig. Petrox, nimm du Bull. Wir probieren jetzt die Kombi mal aus. Mal gucken, ob die jetzt besser klappt als dir. Boss auf Schwierigkeitsstufe schwierig. Warum steht oben Schwierigkeitsgrad normal? Ihr habt es ja gerade gesehen. Das ist immer noch der, das ist jetzt der schwierige Boss. Oh, aufpassen, Digga. Oh, shit. Da hat es Petrox dick weggeholt. Oh, mein Gott. Okay. Es war, glaube ich, doch besser, dass du Pam genommen hast. Weil mir fällt gerade auf, du hast ja Bull noch gar nicht auf Level 10. Das heißt, du hast deine Starpower gar nicht. Und die ist eigentlich das Beste an ihm hier für den Modus. So, ich habe ihn auf 10. Hast du auf 10? Ernst? 6. Perfekt, Digga. Gib ihm. Oha, Digga. Was macht der Boss? Er dreht durch. Benutze lieber deine Ulti immer. Äh, hier. Wenn du wegsprinten willst. Das ist viel besser. Glaub mir. Okay. Und jetzt muss ich mich kurz hier beruhigen. So, komm. Und. Zack, zack. Okay, mein Onkel ist gerade irgendwie gestorben. So, pass auf. Zack. Okay, er hat schon dann gleich genau 50% schon. Jetzt. Boah, viel Schaden wir machen, Digga. Ich glaube, jeder Hit ist 1%. Oh mein Gott, das war ganz knapp. Anstrengend. Let's go. So, komm, 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 komm. Puschen. Boah, wir ziehen ihn so vielen. So eine gute Kompo ist das. Irgendwie geht er sogar gefühlt schneller down als der letzte irgendwie. He. Oder? Oha. Was? Digga, er macht alles kaputt. Okay, aber mit seinem Schiff macht er doch nichts kaputt. Also in dem Modus ist er noch nicht. Er macht so den, den, keine Ahnung. Es sieht so lustig aus, wenn er nach vorne struntet. Full. So, komm, die kleinen Bots holen wir hier weg. Und jetzt wieder full concentration auf den Boss. Zack, zack, zack. Und... Alter, perfekt. Worf, wie Schaden wir machen, Digga. Die Sprinte sind ihm gleichzeitig, lol. Digga, wie sah das denn aus? Als würdet ihr so zusammen tanzen. Oh mein Gott. Ah, okay, komm, er ist fast gefilischt. Gib ihn. Let's go. Jawohl, Mann. Okay. Boss auf Schwierigkeitsstufe. Schwierig. Gemeistert. Hier steht's jetzt. Okay, komm. Ab geht's zum nächsten. Guck mal, ich krieg 40 Tokens, Mann. Nice. Gibt's noch eine härtere Flapche? Ja, ja, es gibt jetzt sehr schwierig. Digga, es gibt so viele. Guck mal, du hast wohl nicht auf Level 10. Ich nimm mal du auf Level 10 jetzt. Und du nimmst Leon, okay? Was heißt Level 10? Guck mal, Starker war. Ach, er hat geupgraded? Ja, ja, und ich hab den Football Bull. Er sieht so heftig aus. So, okay, wir haben jetzt das Team. Sehr schwieriger Boss. Komm, wir besiegen ihn, Alter. Zeig uns hier, Boys, das, was euer sehr schwieriger Boss ist. Den holen wir uns. Let's go. Okay. So, komm. Oh, shit. Jetzt wird's ernst. Oh, 2800 Schaden pro Hit. Und wenn ich Low Leben hab, hab ich durch meine Star Power regeneriert sich dann meine Schüsse super schnell. Guckt's euch jetzt mal, ich zeig's euch. Hier, zack, ich bin jetzt rot. Und ich schieße so schnell. Zack. Oh, jetzt bin ich dumm gestorben. Ich wollte eigentlich wegspringen, aber ich hab's nicht mehr geschafft zu drücken. Knapp, Mann. Das war ein mieser Fehler. Aber guck mal, in 30 Sekunden haben wir jetzt 25% geholt. Also brauchen wir theoretisch zwei Minuten für den Kampf, schätze ich mal. Komm, jetzt ist vorne. Jetzt geht's ab. Oh, komm. Gib ihm dicke Hits, Mann. Oh, er sprintet. Oh, er sprintet. So, guck mal, 60%. Und genau jetzt haben wir eine Minute. Zack, zack, zack. Und wieder abchecken. Und zack, zack. Oh, oh, shit. Er haut ganze Zeit ab bei uns. So. Sucht euch immer eine Deckung, wie hier zum Beispiel. Wo ihr immer rumlaufen könnt mit dem Boss zusammen. Zack, zack, zack. So. Alter, so saftiger Schaden. Okay, 40%. Ich muss mehr herangehen, fährt mehr auf. Oh, shit. Jetzt geht's los, Mann. Der Boss ist wütend. Er dreht durch. Petrox, es geht los. Oh, mein Gott. Ich bin auch wütend. Na und? Er wird aufeinander genommen. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Das war so close. Das war's für mich. Das war's für mich. Ciao, Leute. Oh, mein Gott. Er rushed mich. Warte, ich komme. Tschüss, Digga. Jetzt geht's ab. Was? Du bist gestorben? Ja, ja. Du musst weg. Oh, mein Gott. Okay, ich bin hier hinterher. Alles cool. 15% nur noch. Das schaffen wir, Digga. Keine Sorge. Oh, mein Onkel gibt ihn auch noch Dicco-Uti. Und jetzt komme ich hier von hinten. Den high. Oh, shit. Die Mods töten mich. Ich muss schnell weg hier. Er kommt hinter mir her. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. I got you. I got you. Danke, Bro. Oh, mein Gott. So knapp. Aber haben wir, haben wir. 10%. Jetzt zack, zack, zack. Und 5%. Komm, 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 komm. Er holt ihn, holt ihn. 1% gibt ihn. Ja, und er ist tot. Jawohl. Oh, mein Gott. Okay. Oh, shit, Leute. Wir haben jetzt den dritten Boss besiegt. 50 Tokens haben wir bekommen. Und jetzt geht es in den extrem schwierigen. Digga, heute mal kein Disconnect. Was ist da los, Digga? Boah, Digga, das Internet gönnt heute. Heftig. Also, jetzt kommt der extrem schwierige Boss. Mal gucken, wie der gleich ausrastet wird. Aber guck mal, noch ist der klein. Der wächst einfach. Der Boss lebt. So, mein Wuteputa. Boah, wir geben so dicke Hits. Guck mal, was machen wir mit ihm? Okay, kurz die Kamera. Kurz schwingen. Oh, shit. Okay. Boah, Digga, wie schnell. Zieh mir grad sein Leben hier ab. Und jetzt kommen wieder die Schüsse in Deckung. Guck mal, ich geh immer hin. Schieß dreimal. Und versteck mich wieder. Das ist die Taktik vom Bullen. Bei dem Roboboss. So, jetzt wieder rein. Zack, zack, zack. Und wieder runter. Guck mal, ich mach dann immer so ein ganzer Burst. Drei Schüsse. Sind dann wie viel Schaden? Das sind 8400 Schaden. Nebe ich den einfach. Komm, 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 komm. Okay. Ey, wir sind super schnell gerade mit dem. Let's go, Leute. Gib ihm. Gib dem Roboboss das, was er verdient hat. Ey, er hat alles kaputt gemacht. Ich mach alles kaputt. Bra, ich mach alles kaputt. Weg, Mo. Hol die kleinen Bots weg. Die facken sonst ab. Immer nach rechts laufen, wenn er neben euch steht oder vor euch, wie jetzt gerade. Wo war ich der Besten aus? Jetzt geht's ab. Boss ist flütend. Also, das war ja so, dass der Boss immer diese Phasen hat. Oh mein Gott, jetzt geht's los. Jetzt kommen die Raketen. Der Boss hat Phasen ab genau 1 Minute 35. Rastet er dann aus. Und je später, je länger wir brauchen, desto mehr rastet er aus. Aber 30% hat das schon. Das ist super wenig nur noch. Kurz wie kann man. Sonst war's das mit dir hier. Holy shit. Bist du tot? Oh, jetzt wird's knapp. Aufpassen. Oh mein Gott. Ich muss mich konzentrieren. Kommt, wir Bots da oben kommen, Digga. Was? Ich hör kurz die Bots, bevor die uns hier im Problem werden. Die Bomben sind brutal wie One-Shot, mein Fass. Also, pass auf. Wenn die kommen. Geh raus einfach. Tank. Okay. 20% nur noch. Wie fach wie das? Komm, gib ihm. Oh mein Gott. Okay. Wenn die Bots werden, auf einmal krass. Ja, Mann. Die sind auch. Guck mal, stimmt. Die sind jetzt auch lila geworden. Oh mein Gott. Ich bin fast tot. Kurz schön. Kurz schön. Durch. Die von meinem Umkehr ging komplett daneben. So, komm. 9%. Wir packen ihn jetzt. Oh mein Gott. Ich bin alles zurück. Oh mein Gott. Das war so knapp. Nein, nein, nein. Fuck. 1%. Ich geh rein. Und ich hab ihn. Digga. Extrem schwierig. Gemeistert. Guck mal, wie viele Tauben es ging jetzt? Ich glaub immer 10 mehr. Nee, 20 mehr, 60. Pö. Nice, Digga. Okay. Ich glaub, ultra schwierig wird jetzt. Digga. Du hast es ja noch nie so weit geschafft, glaub ich. Weil du hast ja allgemein noch nie das gespielt, glaub ich. Bull ist nutzlos, sagt mein Onkel. Find ich nicht. Nimm Pam. Ich nehm jetzt einmal Pam. Und Petrox, nimm du nicht Brooke. Nimm du mal lieber Shelly, Digga. Nimm du mal Shelly. Jesse? Jesse? Nein, Jesse macht keinen Sinn. Weil die können ja, das macht ja nur das Weiterleiten. Das ist krass. Und das macht das hier. Da trifft ja keinen. Mit der Kombi spielen wir jetzt hier. Let's go. Wir haben jetzt komplett durchgeswitcht. Petrox als Shelly. Ich als Pam. Mein Onkel als Leon. Aber Bull ist schon, eigentlich, ich kann aber, naja, hm. Wir gucken einfach, wie das klappt. Hä? Was ist das für ein Kreis? Welcher Kreis? Achso, ich erhalte uns, Jungs. Ich hab auch Level 10. Weißt du? Oh shit, er hat jetzt schon mit seiner Crazy Bombe angefangen. Aber guck mal, wie viel Schaden wir machen. Aber er ist so stark. Er hat so viel Leben mehr als der davor. Guck mal, 400.000 Leben. Ich bin raus. Locki, nicht da. Der soll nicht, der soll der Fall haben. Ey, guck mal, jetzt droppen die immer Power. Stimmt. Jetzt geht's richtig los. Dann bleiben wir auch stärker, oder? Jaja. Also einen, guckt euch, ich hab schon zwei Stück gecatcht. Mein Onkel ist fast tot. Es ist besser, wenn einer, nur einer die Power hat. Weil wenn der soll, dann am besten einfach nicht drauf gehen. Und so ist es dann geregelt. Okay, der nächste gehört auf mir. Vier Stück. Und ich mach dir jetzt noch fünf, dann geht ich jeden Fall den schon. Nein, ich glaub mir, es ist besser, wenn nur einer den hat. Weil der darf dann einfach nicht da umgehen. Guck, wie du zum Beispiel. Weil jetzt werden wir alle verloren einfach. Wenn du welche hättest, weißt du? Jetzt geht's schon los. 1 Minute 35, der Boss wird wütend. Oh mein Gott. Oh mein Mann, okay, ist fast tot. Er ist erst geschafft, da rausgekommen. Oh mein Gott. Geh einfach rein. Vögelbeam. Dicke Witty. Er wie fisch. Oh, Petrox. Digga, das weh. Oh mein Gott. Er ist so stark, Digga. Und das Ding ist, er wird vielleicht noch crazier. Oh mein Gott. Ich bin jetzt schon der letzte Überlebende. Das fängt ja super an, Jungs. Oh Mann, Digga. Ich glaub, bei dem werden wir scheitern. Komm. Laufen, 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 Bro. Aber er muss sich irgendwo hinterher stecken. Und er hättet sich die Urte von Trinär machen sollen. Oh, genau da hab ich grad meinen Tier platziert. Okay, warte, wir fühlen ihn ja hier rum. Ey, der hat nur noch 34 Prozent, Digga. Der ist eigentlich nicht so schlecht gerade. Die halten unser Silvverlust gut. Hä, wir schaffen den locker, Bruder. Ja Mann, krass. Oh shit. Ich hab jetzt schon 8 Power-Ups, Digga. Komm. Hier hin. Und auf ihn. Ja, okay, Alter. Der ist ja noch easy irgendwie. Oh, nee, nee, nee. Oh, jetzt geht's richtig los. Jetzt schießt er permanent diese Raketen. Und er ist so schnell. Oh mein Gott. Komm. Komm, 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 komm. Oh mein Gott. Er ist so krass. Er ist so krass, Digga. Endlevel. Endlevel. Lock ihn weg. Lock ihn weg von mir. Ich schieße. Ich geb ihn. Nein. Beide tot. Lauf, Bro. Lauf. Lauf, Lauf, Lauf. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich laufe, ich laufe. So knapp. Power up, Power up. Geh hoch. Nein. Oh mein Gott, es ist zu knapp. Okay, jetzt laufe ich hoch. Alter, es ist so heftig. Digga, das ist Endstufe von ihm. Oh nein. Oh mein Gott. Und das war so knapp. Ich bin fast draufgegangen. Lauf du rechts, Lauf du rechts lang. Oh mein Gott, er kam. Nein. Ein Prozent. Ich hab ihn. War das knapp. War das knapp, wie wir gerade den ultra schwierigen Boss besiegt haben, Leute. Oha. Okay, Petrox, musst jetzt leider live streamen. Es ist fast sieben Uhr, Leute. Also, Petrox, danke, dass du dabei warst. Danke auch, Dennis. Haut rein, Lauf. Easy, Digga. Yeah. Skiss, skiss. Okay. Ciao. Ciao, ciao. Ich beende das Video auf jeden Fall an der Stelle, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, zeigt mit einem Daumen nach oben. Würde mich mega freuen. Denkt daran, meinen Kanal zu abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt. Ich mache nämlich zwei Broys-Stars-Videos täglich für euch. Ich ziehe ultra, ultra durch. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen beim neuen Video. Haut rein, euer BroyBro und ciao.